Hallo und willkommen zurück zu Schönen, den ersten Let's Plays und Battleschazer aus Nightwar. Wir sind in dem Pfad der Fänge und haben links und rechts beide Gebiete jetzt fertig und die jeweiligen Fahdenträger besiegt und müssten jetzt Zugang zur Arena kriegen. Dafür, dass das auf der Weltkarte nur ein kleines Gebiet war, ein kleiner Fleck war, bin ich jetzt hier jetzt eine Stunde rumgelaufen und wahrscheinlich beim ersten Mal auch eine Stunde. Also, der von einem ist größer als gedacht. Okay, da ist keiner mehr. Wo ist er denn hin? Hm, was haben wir hier? Dann kommt doch gleich ein Kampf. Okay, kommt doch mal so. Ich weiß nicht, dass er so ein bisschen an die anderen kennen ist, dass er so schön ist. Oh, das war schon gut. Ich kann nicht die haben, ich bin ein wenig dran. Ich bin ein wenig dran. Ich hab dich wieder gereiht. Ich hab dich wieder am Schultz runter gemacht. Ich weiß nicht, dass ich nicht die ganzen Zeit war. Ich hab mich gehalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. So, nach oben. Einige Anläuterung. Genau, das ist das Wettbewerb. Oh, dreimal Blutung. 109. Bye, bye. Mhm, Abklingsmacht. Wir müssen die anderen finden. Der Plan sollte vorsehen, so schnell wie Mühe. Lasst uns die Kanone lahmlegen und... Einversteckter Schatz. Da ist noch was. Da ist noch was. Große Buch des unbedeutenden Wissens. Große Buch des unbedeutenden Wissens. Jetzt kann ich hier durchlaufen. Yay. Da ist die Kanone. Ich bin gespannt, ob das ein großes Gebiet ist oder... Ich bin gespannt. Ah, nicht wirklich. Oh, nein. Was heißen diese 3? Das ist der Doppel 3. Der ist ja super billig. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt hätte gewinnen. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt hätte gewinnen. Oh, eine blaue Wobe. Oh, dann sollte der jetzt nicht mehr funktionieren. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Panzerung in Energiezelle. Oh, nein. Okay, dann sollte der jetzt nicht mehr funktionieren. Oh, nein. Oh, nein. So, dann können wir jetzt mal den Dorfbewohnern Bescheid geben, aber vorher möchte ich mal gucken, was wir so bekommen haben. Das ist schlechter, schade eigentlich. Das sieht doch besser aus. Mehr Apfel, mehr Apfel, mehr Angriff, weniger Austau, mehr Eile. Oh, wie schnell langsam. So, wegen Tee brauche ich auch nicht mehr kämpfen, davon habe ich schon viel zu viel besiegt. Die sind zu schwach. Aber im Gasthaus eine Nacht schlafen will ich dann sagen. Ein Kriegergruß. Seid gegrüßt, Krieger. Mehr Gerede. Ja. Willkommen. Seid wiederum gegrüßt. Okay, die Superbalken kannst du zu zwei erreichen. Seid wiederum gegrüßt. Seid wiederum gegrüßt. Seid immer bereit. Die Flamme brennt noch. Immer noch hier. Seid gegrüßt. Ach, ihr seid bitte wissen, weil... Woher weiß ich, ob ich die schon mal hatte? Okay, wenn man es aufkaufen kann, hatte ich es sicherlich nicht. Seid gegrüßt. Hört nie auf zu. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Okay, ich muss es auch noch kaufen. Eine Heldeneifahrt hat es gut. Eure Heldeneifahrt hat es gut. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Hätte ich das eben schon gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich mehr Sachen schmieden können. So, noch mal zurück. Vorteile. Guil und Garrison haben beide einen Punkt übrig. Gebe ich nicht mehr wissen. Gehe. Wenn ich die Artefakte verkaufe, kriege ich irgendwelche untoten Splitter scheinbar. Neue Sachen. Ich habe Schlachten gefunden, weil ich um 20% ein bisschen mehr Geld habe. Und sich nicht. Okay, die Kisten haben ewige Sachen. Ewiger Qualität. 25 für diese Rezepte. Okay, Erscheinungsform kostet 100, also rein kosmetisch. Oh, Eile geht übelst runter. Okay, Rezepte gibt es schon mal viele. Ich kann trotzdem nur Dio stand da durch. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei 300% rauskommt. Zwei Tränke einfach nur, okay. Kann ich diese Artefakte... Ach so verkaufen? Ne, ist nicht da mehr raus. Interessant! Oh! Willkommen! Ah, der hat auch Rezepte. Oh, Gruppenheiler gibt es auch. Grad Rabatt auf große Flaschen. Interessant! Oh! Ja! Ja! Auf Wiedersehen! 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 klingt eigentlich auch gut da darf ich maximal 6 da ja die hier stört mich bei der arbeit es gibt arbeit ich bin noch da es gibt arbeit denn ich eben nur fünf gehabt was ist da auch noch hier Ich bin pleite. Okay, so kann ich dir auch mal ein roter vorerstellen. Und Items. Ihr seid zurück und fasst in einem Stück! Wobei man sowas ja auch upgraden kann. Deswegen weiß ich, hätte man nie, ob man das verkaufen soll oder nicht. Sie liegen. Soll ich hier es dir. Soll ich die Worte, dass das Kaffeebren nun auch nicht im Riss auf den Kopf zu machen? Machst du ihn. Ich habe das Kaffeebren mit einem Hirsch und Glock. Okay, ich habe das Kaffeebren. Was braucht ihr? Wie? Hallo! Willkommen! Ihr stört mich! Ich werde hier sein! Okay. Okay. Schmieren kann ich nicht. Gut dann! Habt Acht! Was darf es sein? Nehmt doch Plein oder große Kriege! Wenn ich wüsste, welche meine ist! Schlafen wir mal eine Nacht! Das ist eine Wahrheit! Nehmt! Nehmt Questgeplänke! Nicht mehr! Ich bin der Wettbewerb! Unwürdigen Feind am Werken! Der wird nicht mal mehr als Gefahr erkannt! Okay! Die Kanone haben wir fertig und hier geht es jetzt weiter! Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt wir machen eine kleine Pause! Dann bis zur nächsten Folge! Ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht! Ich bin der Wettbewerb! Ich bin der Wettbewerb! Ich bin der Wettbewerb!